Mitten in der Küche, mitten im Leben. Besucher der internationalen Küchenmesse Living Kitchen 2017 auf der IMM Cologne fühlen sich wie zu Hause. Denn hier kann man sich nicht nur über die neuesten Trends informieren, sondern sie auch gleich ausprobieren. Wie am einladenden Stand der Premium-Marke Blanco. Der Spülen- und Armaturenhersteller ist seit mehr als 90 Jahren der Spezialist rund um das Thema Wasser in der Küche. Mit vielen Neuheiten rund um Spüle, Armaturen und Abfallsystem zeigt Blanco seine innovativen Lösungen für mehr Komfort in der Küche. Wir zeigen neue richtungsweisende Produktkonzepte, die sich durch professionelles Design und neue Funktionen auszeichnen. Sie erlauben mehr Flexibilität und Komfort in der Küche. Das ist ideal für die Planer, die auch entsprechend in ihrer Küchenplanung diese Flexibilität einbauen können. Bestes Beispiel ist das Spülen-Konzept Blanco Itagon. Die Etagenbecken lassen sich je nach Anwendung anpassen. Zwei Edelstahlschienen sorgen hierbei Bedarf für eine weitere Arbeitsebene. Dieses praktische Konzept wurde vom Rat der Formgebung mit dem Best of the Best ausgezeichnet. Neues gibt es auch aus der Blanco Steel Art Manufaktur. Die Cerox U-Becken für den Unterbau. Aus der Materialinnovation Durinox. Die Oberfläche ist extrem hart, weniger anfällig für Kratzer oder Fingerabdrücke und fühlt sich seitig weich an. Wir werden unsere Kunden begeistern können mit viel Inspiration durch Innovationen. Auch dieses ist unser Messe-Motto, Inspiration und Innovation. Und das werden unsere Handelspartner hier auf dem Messestand in den nächsten Tagen erleben. Eine clevere Neuheit ist die Vorfenster-Armatur LaRessa F. Die lässt sich einfach nach unten klappen, wenn man mal das Fenster öffnen will. Nicht ohne Grund ist Blanco Marktführer für Armaturen in Deutschland. Bei den Granitspülen ist der Hersteller sogar Weltmarktführer. Weltpremiere feiert die Spüle Blanco Artago aus Seelgranit Puradur. Die Oberfläche ist antibakteriell, pflegeleicht und überzeugt durch ihre edle Haptik. Und das wirkt offenbar unwiderstehlich anziehend auf die Besucher. Man fühlt sich immer hier gern gesehen und willkommen. Und auch nochmal schön die ganzen Produkte und die Vielfalt hier zu sehen. Mit Virtual Reality-Brillen kann das Fachpublikum auch in ganz neue Dimensionen eintauchen. Die digitale Simulation versetzt einen direkt in die zukünftige Traumküche. So lassen sich die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten von Blanco in einer authentischen Umgebung erleben. Eigene Eindrücke kann man auf der Living Kitchen noch bis 20. Januar sammeln.